Hallo, mein Lieben. Hallo, mein Dampfer und Dampferin. Willkommen auf Brezis World mal wieder. Also das Video fällt mir jetzt tatsächlich schwer. Ja, was ich euch eigentlich mitteilen wollte, ist mein letztes Video, was ich jetzt hier hochlade. Aufgrund, dass ich jetzt auf Twitch so viel streame, habe ich nicht mehr die Zeit dazu Videos zu machen. Und aufgrund der Regulierung von Liquids und E-Zigaretten und so weiter, sehe ich da keinen Sinn mehr drin. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch den Kanal aufzugeben. Das fällt mir wirklich sehr schwer. Ich habe wirklich gerne Videos für euch gemacht. Aber ja, ich sehe da keinen Sinn mehr drin. Es hat alles keinen Sinn mehr. Das habt ihr jetzt wohl nicht wirklich geglaubt, oder? Nein, natürlich mache ich auch weiter Videos für euch. Es geht ja nicht bei mir immer um die E-Zigarette oder sonst irgendwas oder ein Liquid. Durchaus mal andere Sachen. Das wisst ihr, die mich kennen und mich mögen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Nur im Moment bin ich echt ein bisschen an zu Hause gebunden, wie wir alle. Und ich hatte mir so viele Projekte vorgenommen. Ja, aber das beinhaltet halt auch, dass ich mal raus kann und irgendwelche Locations aufsuchen kann, die jetzt eh alle geschlossen sind und ich nirgendwo hin kann. Und mir geht hier der Content mal so langsam aus, in meinen vier Wänden zu filmen. Und deswegen kommt heute kein aufwändiges Intro oder sonst irgendwas. Ich wollte euch nur mal kurz auf dem Laufenden halten. Natürlich kommen weiter Videos von mir. Ich habe mir echt schon ein paar Ideen aufgeschrieben. Nur die Umsetzung hier zu Hause, die haut nicht hin. Dafür müsste ich echt mal raus. Und deswegen gibt es heute nur so ein kleines Spaßvideo. Ein ganz kurzes. Und nur damit ich mich mal bei euch melde. Ansonsten seht ihr mich im Moment viel auf Twitch. Ich bin da im COD-Wahn verfallen. Also Call of Duty Warzone spiele ich. Mit dem lieben Doc Vapes spiele ich da. Mit dem Björn und mit dem... Ja, das ist jetzt Mischwob, der Benny Overdrip ging. Vorher. Und wir zocken halt im Team. Da sehr gerne, macht viel Spaß. Nach zehn Stunden nicht mehr ganz so viel, aber dann am nächsten Tag wieder. Und... Das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz sagen. Also wie gesagt, Videos kommen weiter von mir. Ich bleibe auf YouTube. Ich bin auf Twitch. Wir sehen uns im nächsten Video hier auf Briezi's World. Wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Das wäre ganz nice von euch. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr ja auch nichts Neues. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Briezi. Bye, bye. Oh, wow. Mega dried, ey. Geil. Erstmal gleich neu wickeln. Wann kommt denn das? Naja. Nochmal neu. Na, geht gar nicht. Oh, Mann ey. Dry it. Erstmal wickeln. Scheiße. Anfang vom Video. Mach mal eben kurz ein Video, ne? Bäh. Der sieht aber auch aus, ne? Cinnamon, ne? Ist ein bisschen Scheiße dabei. Aber ansonsten geiles Zeug. Nehmen schnell ein Wickelvideo da raus, ne? Oh, komm schon. Jetzt sind die Akkus auch noch der, ne? Ich kriege einen Anfall hier, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne. Beide gleich rum geht auch noch nicht. Meine Güte, ne? Bist du blöd. Aha. Ich muss Coils bauen. Ich hab keinen Bock. Sieht aus wie Kohlenhaltiger. Die Schere kannst du auch drauf reiten, ey. Ich krieg hier zu viel, ehrlich. Mann, Mann, Mann. So viel zu machen, mach mal eben Video. Scheiße. Wunderbar. Also, ne, für die Dampfanfänger unter uns, ne? Selbst in Wickeln kein Hexenwerk geht schnell. Ein bisschen Juicer drauf. In dem Fall Cinnamon. Von 510 Cloud Parks. Von 510 Cloud Parks. Darf ich das sagen? Ich weiß nicht. Ich sag's mal. Ich hab's mir selber gekauft. Es ist keine Werbung an dieser Stelle. Es ist ein redaktioneller Beitrag und ich zeige nur, wie es geht. Schön benetzen. Der Warte. Juhu. Ein bisschen nachmodellieren. Und schon kannst du wieder dampfen, ey. Geil. Ohne Dry Heat vor allen Dingen. Aha. Das schmeckt wieder, ne? Das schmeckt auch wieder. So, wo war ich stehengeblieben? Ach ja, Video. Moment. Von vorne. No. Juhu. Auf. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up...